3-stellig ist doch im Normalfall 1000er-Bereich, oder? Oder ist das 100er-Bereich? Weil, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das gleiche wird. Einstelliger Bereich sind doch so 10 bis 20, oder? Oder wird es immer nach dem Ding... Obwohl andererseits, einstelliger Bereich müsste 1 bis 19 sein. Und 2-stellig ist dann 90. Aber 6-stellig ist doch eigentlich ein Million. Weil 6-stellig... Oder sind es dann 7-stellig? 6-stellig hinter dem ersten Buchstaben. Egal.